Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre für mich, anlässlich des Neujahrsempfangs der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck Ihnen eine Botschaft zu übermitteln. Die Themen, die Sie diskutieren, sind ohne Zweifel von größter Bedeutung, nicht nur für die Zukunft Ihrer Region und Deutschland, sondern auch für Dänemark und den Rest Europas. Wir alle wissen, dass Europa zurzeit in einer tiefen Krise steckt, wahrscheinlich die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir brauchen jede Unterstützung, um diese Krise zu meistern und Europa wieder auf die Erfolgsspur zu führen. Auch Ihre Veranstaltung leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Deutschland ist Dänemarks wichtigster Handelspartner. Aus diesem Grund pflegen wir gute Beziehungen. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Kultur. Deshalb wollen wir Arbeitsplätze und Wachstum schaffen und dabei für eine strenge Haushaltsdisziplin sorgen. Um nichts anderes geht es jetzt auch überall in Europa. Wir wollen einen verantwortungsvollen Beitrag leisten mit der dänischen EU-Ratspräsidentschaft in den kommenden sechs Monaten. Das Europa unter unserer Führung soll für Offenheit stehen. Wir wollen zuhören und deshalb hoffe ich sehr, dass auch Sie sich einbringen und uns eine Rückmeldung zu unserer Arbeit geben werden. Ihre Veranstaltung setzt Zeichen für eine noch engere Zusammenarbeit, für wirtschaftliche Kooperation und für neue Projekte in den Bereichen Wissenschaft und Innovation mit Partnern im Norden Europas, Dänemark eingeschlossen. Wir sind dafür bereit und wir begrüßen diese Zusammenarbeit. Wir glauben fest, dass unsere Region einen Beitrag für die positive Entwicklung Europas leisten kann. Die feste Fehmarn-Beltquerung und andere Vorhaben zeigen, die Welt braucht uns und deshalb ist es wichtig, dass wir bereit sind, uns den internationalen Herausforderungen zu stellen. Ich hoffe sehr, dass wir 2030 eng zusammenarbeiten werden in einer gemeinsamen Region, in der junge Menschen ausgebildet, Unternehmen gegründet werden und in der grünes, nachhaltiges Wachstum tief verwurzelt ist. Es ist an uns, diese Chancen zu nutzen. Dänemark freut sich sehr, den Weg zu gehen. Es ist es für uns, diese Obligation zu eröffnen und von der dänischen Seite, wir freuen uns auf die Grün. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Veranstaltung. Ihr Engagement hilft nicht nur Ihnen, es ist wichtig für uns alle. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein glückliches neues Jahr. Kümmern wir uns wieder um die eigentlichen Aufgaben in Europa. Vielen Dank. Let's get Europe back to work. Thank you. Vielen Dank.